... schon zahlreiche Auszeichnungen durch den ehemaligen Landeshauptmann und die derzeitige Landeshauptmann-Frau. Zwei Mal im Jahrgangsbeck für dieses Konzertkreis. Einerseits das Frühlingskonzert im Mai und das Badauer Konzert, die wir uns in der Zukunft besuchen. Zu diesem werden wir eine sehr herausfordernde Studie einstudieren und seitens der Preise erfahrt und wird ansonsten in diesem Mai-Werke mit unserer Ernstwelt einbauen. Der Visite bei den Grenzen wünschen wir einen mit dem Einpass-Gruß und auch alles gut bei vielen Festen. Der Visite bei den Grenzen Der Visite bei den Grenzen Musik Auch die Treisner werden sich nun nach dem Passieren der Ehrentribüne in breite Formation begeben, um eine große Wende durchzuführen. Musik 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 Von der Werkskapelle sehen wir nun die Kürfigur Mühlenrad. Aus dieser Formation werden jetzt zwei Kreise gebildet, welche zum Ende der Figur sich in entgegensetzende Richtungen bewegen werden. Dazu hören wir, das geht ab! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Verabschieden wird sich die Werkskapelle Dreisen mit dem zweiten Marsch St. Veit im Herbst von Franz Lasshofer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020